So, wir sind immer noch im Weg her, und zwar mein Name, guckst du was da gibt's. So, guck mal was da gibt's, äh, da gibt's... So, ja, es gibt schon... ...wahl hier, wie viele Leute kommen. Wir haben schon Indra schon fast 13 Uhr, aber wir haben schon Indra schon fast 14 Uhr, jetzt. Aber, ja. Ja. So, ja. So, ja. So, ja, ich muss die Kamera unterlassen, wenn keiner da drauf sieht, dann... So, wir sind ja immer noch im Weg her, aber ich weiß auch gar nicht, wie viele Leute da sind. Also, ich war letztes Mal im Juli, wo ich da war, draußen in meiner Schule. Da war Feueralarm das erste Mal. Da hab ich wirklich das erste Mal Feueralarm gesehen bei Ikea, aber zwar nur Uhrung. Und... Ja, das war voll cool, aber zwar auch richtig voll schön. Ja, immer noch. So, und wie wir wissen, immer noch. Ja, und, ja. So, das war's für heute. Und das, wo was sie sind. Holla, bis da mal nach oben. Wenn es euch jetzt nicht gefallen macht, dann mal nach oben. Und abonniere meinen Kanal. Ist ja immer kurz alles abonnieren, nicht vergessen. Also, beschreibt und die Kommentare. Und, ja. So, das war's. Tschüss ihr Lieben. Wir sehen uns bis nach dem Oktober wieder. Tschüss ihr Lieben.